Narzissten sind nicht die hellsten. In Sachen Mitgefühl, Liebe und emotionale Intelligenz sind Narzissten nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Das ist ja bekannt. Sagst du zu einem Narzissten nach der Lovebombing-Phase beispielsweise die drei magischen Worte, dann wird er antworten, ja, ich mich auch. Und sieh deine Liebesbotschaft als Anreiz, dich noch weiter auszunutzen. Im Sozialverhalten, im Umgang mit Menschen sind Narzissten im Kleinkindalter stehen geblieben. Wie wenig zumindest in dieser Hinsicht da im Kopf ist, beweist auch folgendes Verhalten. Sage einem Narzissten doch mal, dass dich sein launenhaftes Herumgeschrei einfach nur nervt. Was wird passieren? Er wird herumschreien, dass er nicht herumschreit. Und dich für sein launenhaftes Herumgeschrei verantwortlich machen. Äh, sehen wir da irgendwo irgendeinen Funken von sozialer oder emotionaler Intelligenzkompetenz? Nein, wir sehen ein bockiges Kleinkind im Erwachsenenkörper, das glaubt durch sein Rumgeblöke seinen Willen durchsetzen zu können. Im Coaching mit Menschen, die einen narzisstischen Beziehungspartner haben, höre ich immer wieder, dass diese mehrfach täglich den Spiegel küssen. Andere wiederum machen 40 bis 50 Selfies am Tag und schicken diese ihren Flying Monkeys. Einfach so, ohne Text darunter. Einfach, weil sie sich so geil fühlen. In diesem Video wollen wir darüber sprechen, warum Selbstverliebtheit nichts mit Selbstliebe zu tun hat und warum das genau auf Narzissten zutrifft, ebenso wie deren Inkompetenz im menschlichen Umgang miteinander. Wenn dir das Video gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Narzissten können nur auf zwei Arten ihr Leben gestalten und sich nach außen präsentieren. Beide sind gefakt, ebenso wie ihr fragiles Ego. Die eine Rolle ist die Opferrolle, die andere die Heldenrolle, in die sie schlüpfen. Sie können in beiden aufgehen und zwischen diesen hin und her wechseln. Die Gemeinsamkeit beider Rollen ist die Gewinnung von Aufmerksamkeit und das Erleben von Großartigkeit und Selbstverliebtheit. Die Inkompetenz im Miteinander zeigen sie auf vielfältige Art. Ich spreche niemandem die Intelligenz ab, nicht falsch verstehen. Viele dieser Menschen sind Akademiker oder auf Manager-Ebene tätig, haben jedoch wenig bis gar keine emotionale Intelligenz, was gerade auf Führungsebene im Umgang mit anderen Menschen fatale Auswirkungen haben kann. Sie arbeiten nicht auf Kompromisse hin und akzeptieren keine anderen Vorschläge als ihre eigenen. Zur Not machen sie sich Ideen anderer zu eigen und behaupten dann frech, die gute Idee sei natürlich auf ihrem Mist gewachsen. Es sind Selbstdarsteller, die sich nur eine andere Meinung anhören, wenn es gar nicht anders geht, dann aber pfeifen sie darauf nach dem Motto, ja, erzähl du ruhiges, wird sowieso gemacht, wie ich es für richtig halte. Das trifft im Arbeitsumfeld ebenso wie auf eine Beziehung mit einem Narzissten zu. Man sollte sich in diesen Fällen immer vergegenwärtigen, mit wem man es zu tun hat. Ein Narzisst ist ein Mensch, dem nichts daran liegt, wertschätzend und respektvoll mit anderen umzugehen, sondern nur seine eigenen Bedürfnisse, seinen Willen durchzusetzen. Diese Menschen wuchsen meist als benachteiligte, liebesentwöhnte Kinder auf. Ihre Herz- und gefühllose Bezugspersonen sahen sie als Gewinner und so legten sie sich in frühester Jugend ein falsches Selbstbild zu, in dem sie sich fortan schworen, selbst die Gewinner zu sein. Ohne Herz und ohne Empathie. Denn wer Herz und Empathie hat, so ihr Mindset, der ist immer der Loser. Kann man mit diesen Ansichten eine liebevolle Beziehung führen? Beantworte dir diese Frage selbst. Oder spricht es etwa für emotionale Intelligenz, wenn ich meinen Partner permanent abwerte und kritisiere, meine Güte, mach das doch so, mein Gott, du kannst auch gar nichts alleine. Was hast du denn jetzt schon wieder angerichtet? Kein Wunder, dass du im Job nicht weiterkommst. Ich meine, nach permanenter Abwertung und Kritik dann noch darauf hoffen, jemand für irgendetwas zu motivieren, ist schon ziemlich blöd, oder? Aber ein Lob, das motivierend werden würde im Job und in der Beziehung, das wird man von einem Narzissten kaum erhalten. Viel zu groß wäre dessen Angst, sich selbst damit abzuwerten. Denn ein Lob hat, wenn überhaupt, nur ein Narzisst verdient. Klar will er mit Kritik und Abwertung etwas erreichen, den Selbstwert anderer zerstören nämlich. Das mag ihm wiederum kurzfristig helfen, langfristig aber machen sich Narzissten damit keine Freunde. Und so ist das Umfeld eines Narzissten meist ziemlich kaputt. Zahllose, zerstörte Beziehungen, zerbrochene, oberflächliche Freundschaften. Narzissten fahren mit einer Dampfwalze über die Gefühlswelt anderer. Und eine weitere emotionale Dampfwalze neben der permanenten Kritik sind deren Launen und Wutausbrüche. Danach glauben sie, alles müsse wieder in schönster Ordnung sein. Aber natürlich erst dann, wenn sie dem Partner oder Arbeitskollegen die Schuld für ihren Wutausbruch gegeben haben. Ich meine, wie kann man erwarten, wenn man Menschen permanent anscheißt und niedermacht, dass fünf Minuten später wieder alles in Ordnung ist? Narzissten tun das. Auch das wieder ein Beispiel dafür, dass sie zumindest im menschlichen Umgang miteinander nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Aber, wie sagt es ein dänisches Sprichwort, leere Töpfe machen den meisten Lärm. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das wurde extra für Narzissten gemacht. Eine Sache, wie sie Beziehungen vollumfänglich versauen und an die Wand fahren, sie gehen gerne fremd und geben dem Partner die Schuld dafür. Ich denke, man muss nicht näher darauf eingehen. Oder, wenn man sich anschaut, wie sie sich, wenn sie es überhaupt tun, dafür entschuldigen. Du bist fremdgegangen. Wenn du das so siehst, für mich war das kein Fremdgegen, es hatte überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Stimmt, da hat der Narzisst wiederum recht. Es hat nie etwas mit Liebe zu tun, denn er kann ja nicht leben, wie man weiß. Was auch ganz toll bei dem Beziehungspartner ankommt, jedenfalls scheinen Narzissten das zu glauben, wenn sie ihren Partnern und Freunden deren Fest oder Veranstaltung versauen oder eine Sekunde vorher absagen. Sie können es einfach nicht haben, dass irgendwer anderes gefeiert wird als sie und sie quasi dazu verdammt sind, daneben zu stehen und zuzuschauen. Emotionale Intelligenz? Null. Was auch immer sie tun, und die Selbstverliebtheit dieser Menschen führt sie meist in eine Lebenskrise, denn es gibt keinerlei gesunde Entwicklung in ihrem aus Gift und Galle bestehenden Leben. Sie drehen ihre Runden um Runden in ihrem toxischen Hamsterrad. Ein Zyklus, der beständig von immer neuen Zufuhrquellen Bewunderung von außen einfordert. Eine ihrer größten Schwachpunkte übrigens, denn bleibt diese aus, so führt sie das zum Absturz. Nicht wenige haben dann Alkoholprobleme oder entwickeln daraufhin schwere Depressionen. Und je mehr Menschen deren toxisches Spiel erkennen, desto einsamer werden sie. Bald will niemand mehr mit ihnen etwas zu tun haben. Und spätestens dann werden sie mit ihren Ängsten, Schuld und Schamgefühlen so richtig konfrontiert. Glaube mir, da musst und willst du nicht dabei sein. Gut, dass du aus diesem toxischen Hamsterrad aussteigen kannst. Ein Narzisst kann das nicht und dreht seine Runden, seine giftigen Runden bis zum Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.